Der AKG K141 Mark II ist ein halboffener Kopfhörer für den professionellen Einsatz, der sich insbesondere für das Monitoring im Studio hervorragend eignet. Es handelt sich hierbei um die technisch überarbeitete Version des K121 Studio, der mittlerweile als Klassiker gelten dürfte. Er kommt in halboffener Bauweise und Ohraufliegen daher, wodurch die Umgebungsgeräusche für die meisten Anwendungen gut genug abgeschirmt werden. Trotzdem bleibt der Klang offen. Sein exzellenter Tragekomfort und die Bügelbandautomatik ermöglichen ein entspanntes Arbeiten über viele Stunden hinweg. Das sich automatisch einstellende Bügelband, das den Kopfhörer ohne langes Einstellen sofort an die Kopfgröße anpasst, ist als Besonderheit hervorzuheben. Ein klarer Vorteil gegenüber anderen Modellen. Die gute Verarbeitungsqualität kommt mit dem ruppigen Studioalltag sehr gut klar und Verschleißteile wie die Ohraufliegenden Polster aus Kunstleder sowie das Kabel können sehr leicht ausgetauscht werden. Das 3 Meter lange Kabel ist einseitig geführt und mit einem Mini-XLR-Klinkenstecker am Kopfhörer befestigt. Im Lieferumfang sind zusätzlich zum Kopfhörer ein paar Ohrpolster aus Velour enthalten, die für eine geringe Wärmeentwicklung beim Tragen sorgen. Zusätzlich gibt es auch ein 5 Meter langes Spiralkabel mit 3,5 Millimeter Klinkenstecker und Adapter. Der AKG K141 Mark II bietet ein warmes und intimes Klangbild mit vielen klanglichen Details. Er ist in allen Situationen durchsetzungsfähig und wird vor allen Dingen von Schlagzeugern und Bassisten sehr geschätzt. Der AKG K141 Mark II ist ein hochwertiger Kopfhörer für gehobene Ansprüche. Und das ist das Lager. Das ist das Lager.